ein kleiner aber feiner anime ist hier talalala aber hört euch die musik an ja jedes mal das ist das zweite opening aber trotzdem jedes mal wenn die wenn die erst mal dieses klavierspiel kommt da bin ich hin und weg gerissen mein gott da kriegst du auch gänsehaut das ist auch okay erst mal der name den setzten nur yusha no den setzten ja der ist so überzeugend jetzt mal worum geht es ist ein ein land aufgeteilt in mehrere königreiche es gibt roland esther bull und er ist habe ich vergessen tut mir leid mein gedächtnis spinnt wieder und da gibt es dieser eine mann der hieß reiner lud der ist ein ausgewählte von dem schicksal ein schicksals ausgewählter nennen wir den so denn er besitzt ein auge das heißt alpha stigma es gibt es mehrere besitzer mit so einem auge und die werden als böse dargestellt ihr könnt ihr könnt die das ist ein sehr guter vergleich dazu ist die juli von naruto die juli key also das sind so eine art juli besitzer die wenn die ausrasten wirklich stark halten die stärksten und er ist besonders stark weil der hat ein besonderes auge und er hat einen freund ja der ist der beste freund von dem könig der hieß wie hieß er wie hieß er es sind sie ist shion genau sie und diesen halt freunde die haben sich kennengelernt in der universität der von magie akademie für magie genau und dort wurden die halt freunde und wollten die ganze welt verändern rein reiner nicht mal loot wollte eigentlich nur pennen ja und der regt eigentlich auf mit dem pennen weil die schläft so oft ja als begleiterin hat er für seine mission die er von sion bekommen hat halt nachdem er könig wurde diese frau ferris also keine sorge wädels und jungs man kann schon beziehungen beziehungsansätze sehen besonders am ende herrscht da schon was da hätte er herrscht schon knall ja das ist das ist sehr wie nennt man die das ist so eine zundere genau die immer rummeckert oder jeden anschreit aber jetzt schon was drauf reiner ist trotzdem stärker also der hat schon was auf dem kasten und deren mission ist das irgendwie so dass sie heilige artefakte sammeln müssen die also das sind so magie artefakte und diesen heilig und die müssen die aufsammeln gut und was ich mich frage ja diese anime ist übelst kompliziert erstmal der ist übelst kompliziert man muss schon ein q iq von über 100 haben ja und das so schaffen dann ist er noch übelst politisch politisch zwischen den einzelnen königreichen herrscht irgendwie der krieg dann herrscht irgendwie um wie soll ich sagen wie sind wir haben den scheiß wir haben den scheiß verhandlungen genau erst mal krieg verhandlungen ja und man weiß nicht ob dieser könig jetzt böse ist ob der gut ist man weiß nicht wer böse wer gut ist dann sind auf einmal die bösen gut und die guten böse also ihr dürft euch kein urteil machen bevor ihr richtige aktionen von denen seht die mit denen ihr ein urteil machen könnt ja da gibt es sorry ich habe mir gesagt da gibt es einen gehilfen von könig ja der ist anscheinend böse doch dann ist der könig selber böse dann ist er wieder gut und dann gibt es in der parallelwelt hat dieser gehilfe hinter dem sie uns hier unser grauhaarige und dahinter ist der gehilfe und anscheinend ist der böse der könig ist gut dann andersrum dann ist der böse dann ist der könig böse und der ist gut ich verstehe einfach keinen scheiß ich also es ist nicht so dass man nichts versteht ja man ist schon damit man wird schon gefüttert damit mit damit also wenn es keine zweite staffel geben wird dann dann weiß ich nicht was der sinn dieses animes war war es werbung für den manga gibt es überhaupt manga weil sie die der hatte ich habe schon gedacht dieser ganze an mir hat darauf aufgebaut auf die 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 zweite staffel dass das aber das hat man schon dabei gedacht also man hatte wenigstens dieses gefühl da gibt es kämpfe reichlich kämpfe aber persönlich für mich viel zu wenig kämpfe da gibt es schicksalsschläge auf beiden seiten das ist ja eher so dass man man sieht zwei seiten einmal das leben eines sagen wir naruto der naruto wurde auch als kind rumgeschubst ja und das leben eines königs der der als kind wirklich keine der hatte schon eltern aber die mutter war glaube ich eine prostituierte und so der darf beide auf jeden fall ein schweres leben und wurden geplagt und zudem kam noch für reiner lud kam in der akademie kam also ein mädchen das hieß kiefer oder kiefer ich habe immer kiefer gelesen keine ahnung und die 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 war da und dann auf einmal wieder weg die haben sich auf jeden fall man hat schon gemerkt dass sich geliebt haben ja und auf einmal war die da da war die weg was ein wunder mein gott ich gucke mir gerade so eine platte also ich muss schon sagen es gibt ja sehr wahrscheinlich gibt es diese leute die 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 sich die schon zwischen den einzelnen folgen also ja schon große pausen einlegen werden ich selber habe eine pause bei folge 16 eingelegt weil ich einfach das war mir so politisch da gab es so viel hin und her mit den ländern und kein kampf und kein richtiger kampf keine dramatik aber dann dann ich habe genau den fehler gemacht dass ich genau vor der folge aufgehört habe wo es gerade spannend wurde denn wurde gerade alles aufgedeckt mit dem bruder von der ferris mit dem hintergründen von dem gehilfen vom könig und mein gott wie sich alles herausstellt wurde einfach das meiste wurde schon beantwortet aber da stellen sich immer noch da stellt sich mir immer noch die frage wie sieht die beziehung zwischen reiner und zion aus jetzt nichts gespoilert aber die haben am ende eher so eine konflikte zwischen einander miteinander und man weiß einfach nicht wie es endet dann denkt man einfach das ist eine illusion oder eine parallel welt dann ist doch die echte welt dann kämpfen die gegeneinander dann wieder nicht dann werden die wieder beste freunde und das genau an dem geburtstag von zion ich bin aufgeschmissen meine freunde ich bin aufgeschmissen ich weiß nicht was ich sagen soll okay also ich bedanke mich schon mal fürs zuhören die ihr könnt oder das letzte bild ist aber sexy ich hoffe ich habe euch überzeugt weil mich selber hat er schon angesprochen hat ich nenne auch immer am ende kann ich ja immer die bewertung von einem nennen den anime der hat eine bewertung von lass mich mal näher dran gucken 8,74 ist schon eigentlich englischer titel the legend of the legendary heroes die legende von den legendären helden ob die legendär sind ich weiß nicht auf jeden fall sexy bild viel spaß mit dem anime und tschüss